okay wir sind hier oben und wir müssen da runter fährt der Timmy Express da lang? Timmy! Timmy! Natürlich nicht. Natürlich nicht, weil da unten war ich noch nie. Also muss ich selbst laufen. Timmy Timmy! Timmy Timmy! You know you can die from a Kitty Twister? South Park Police Station! Ooooooh! Leber Polizei! Bin ich hier richtig? Ich bin hier richtig. Wir müssen kämpfen. Es nützt nichts. Der hat eine Pizzatüte. Für dich das ist das. Okay. Yay! Oh, der hat Kopfschmerzen. Ich hätte nachhauen können. Scheiße hab ich vergessen. Okay, setz deinen Donner ein. Der erste ist weg! Rüstung erhöhen. Mal zwei. Reflektieren. Thornet. Angriff erhöhen. Okay, okay, okay. Auf den Popo! Okay, er reflektiert. Also mach ich einen Nahkampf. Du bist jetzt angewidert. Du bist jetzt angewidert. Du mein Freund, du bist angewidert. Du 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 du. Okay, Bata. Hammer des Todes. Burusha. Oh, langsam. That wasn't so bad. Butters ist geil! Okay, richte. Richte ihn. Hiss! Angriff ist erhöht. Okay, Butters. Sehr schön, Sessel. Der kam gut. Butters! Das gibt Drache. Das gibt Drache! Bitch! I told you! Oh, er hat geknackt. Uh! Hat's da gehört, ne? Alles nehmen! Alles nehmen! Alles nehmen! Excuse you! Ja, es geht! Ja, es geht! Ja, es geht! Ja! Oh, hier ist auch noch was. Mitnehmen! Blau-grüne Farbe! Wer hat meine Farbe gefunden? Da ist auch noch eine. Zwischen den Autos. Lauf zwischen den Autos lang. Schnappes! Hey, Honey! Da kommen wir nicht rein! Wer hat denn von euch einen Schlüssel? Hm. Wie kommen wir in die Schule jetzt rein? Hast du einen Schlüssel? Da ist die Schule! Ich wollte doch sagen! Hallo? Da ist die Schule! Ich wollte doch sagen! Hallo? Oh, das schmeckt gut! Oh, das schmeckt gut! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Nobody's gonna save your ass! Wir werden sehen. Wir werden sehen. Excuse me, but school is out, and no students allowed on the premises until tomorrow at 7.30 PM! Schrieebea! Du willst mich herausfordern? Wieso ist der außerhalb meines Bildschirms? Der ist außerhalb meines Bildschirms! Oh Gott, dammit! Hier sind sie! Sie werden dich holen, Craig! Du wirst nicht aus der Beobachtung! Ich werde hier in 10 Minuten rauskommen. Warte, Dschwag! Dieses Dungeon hat viele Zechriften. Seit Jahren haben diese Halle nicht gebraucht. Aber dann war der schwelle Overlord Mackie ein Arme von Gingers, um seine preisvolle Beobachtung zu retten. Jetzt haben diese Minions die Halle, terrorisiert und verabschiedet die Erdbeeren. Wieso muss der Schammer? Natürlich nehmen wir das. Alles zerstören! Kronkorken! Wir haben einen Kronkorken gefunden. Basement. Okay, da oben kann ich hinschießen. Ich wollte aber erst gucken, was da oben noch alles ist. Stop Bullying! Alles nehmen! Da komme ich nicht durch! Hall of Honor! Ey, Chefkoch! Alles kommt mit dir! Hier komme ich auch nicht durch. Ich habe mich nicht durch. Ich habe mich nicht durch. Ich habe mich nicht durch. Prepare. Oh mein Gott! Ah! Furtz des Todes! Außerdem, obwohl die Nassverlattacke geklappt hat, mein Furtz ist gestart. Noch ein Kohl gucken! Geil! Wir brauchen den Schlüssel! Wir brauchen den Schlüssel! Angriff! Für dich! Der hatte eine gute Verteidigung! Heiliger Modoschar! Und nochmal! Direkt hinterher! Wir werden überrannt! Wir werden überrannt! Und das ist alles, was du brauchst! Der Legend sagt, dass es ein 6. Kohlens-Montor hat, mit einem zillionen Frecklen und einem Klippler von menschlichen Bogen! Sie sagen, er hat eine Freckle für jedes Kind, er ist gespandet! Wir brauchen den Silberschlüssel! Gute Nacht an alle, die jetzt schlafen gehen! Versorge den Messingschlüssel! Ich komm hier nicht durch! Na, komm ich nicht durch! Hier komm ich nicht durch! Habe ich irgendwas übersehen? Plastik? Da! Da ist nichts drin! Wo kriege ich die Schlüssel her? Oh! Wir können es nicht ohne den Silber-Kanal kommen! Ich bin froh, dass du mich überrascht hast, aber ich weiß nicht, woher zu beginnen! Okay, ich muss den, ich muss den erst anschießen! Wie kann ich den jetzt wieder wechseln? Oh, shit! Sorry, Butters! Was? Ich will schießen! Okay, jetzt, jetzt! Jetzt aber! Immer noch nicht! Ich kann nur heilen! Du brauchst jemanden, der schlafen kann! Nimm Kenny! Okay, ich nehm Kenny! Ich muss den Begleiter wechseln! Sammleobjekte? Ausrüstung? Quests? Als Begleiter festlegen! Komm, Kenny! Lauf da durch! Komm, Kenny! Lauf da durch! Ja! Jetzt! Hahahaha! 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 Aaaaaaah! Wie geil das einfach du jetzt, ey! Da kann ich rein! Geh da rein! Jeder Begleiter, kann denen einem bestimmten Problem helfen! Okay, hier ist aber nichts. Ich habe einen alten Schwanger gefunden, aber der bringt mir nicht so viel. Kaputter Schwertgriff. Okay. Angriff! Angriff. Okay, wir nehmen erst unsere Fähigkeit. Bam! Sehr gut. Und jetzt, Kenny. Mach deine Fähigkeit. Drücke schnell A und D. Achso, ich muss das alle auswählen. Dann, nimm, nimm den. Singt ein Lied! Überraten! Schüttel sie ab! Schüttel sie ab! Oh mein Gott, ich hab's nicht geschafft! Kenny ist tot! Ich muss Kenny wiederbeleben! Wenn das überhaupt noch geht! Nicht tot! Shit! Ups! Schließen! Magie! Mach mein Tag, Kind! Miniaturgong! Ich kann noch nicht mal mehr an meinen... Oh shit! Mal sehen, was du hast! Das wird jetzt echt kriminell! Fähigkeiten erhöht, Angriff erhöht! Oh, der hat getroffen! Oh, der hat aber richtig getroffen! Okay, nimm dein Gegenstand! Nimm ruhig groß! Kann nicht essen! Nein! Oh fuck! Der muss drinsitzen! Oh, 2 in 1! Alter, das war richtig Glück! Oh! Ha! Glück im Unglück! Er ist ein Traktor geboren! Ich hab den Messling-Schlüssel! Bitch! 2 2 3 4 6 6 7 Untertitelung des ZDF, 2020